ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einem weiteren teil von let's play europa universal ist viel mit mir dem tante günner auch bekannt als günther shadow und wir spielen noch mit pleskau ich habe im letzten part eine ganz ganz heftige revolte gekriegt hier oben jetzt muss ich mir auch gerade überlegen wie ich das schaffe die niederzuschlagen ohne dass ich hier in einem strudel aus fekalien versinke deswegen werde ich jetzt mal gerade hier alle söldner anwerben die wo gibt und das daneben das ist alles schwachsinn das ist totaler mumpels wenn die so verteilt sind ist es doof das dauert jahrhundert und hundert jahre bis ich die kriegen also wie man folgendes für heute hüssen okay okay die kanone brauche ich nicht und ihr sterbt glaube ich du hast es überlebt die dann auch die sind nicht gleichzeitig angegriffen worden ha und nein du fließt in die falsche richtung die idiot stopp löst die auf wir haben ganz ganz viele kriegsgründe gekriegt weil wir im letzten part russland gegründet haben ihr seht schon hier an diesem hässlichen schrift zu schade ne das naja ok gut wenn dann wäre hier vielleicht noch ein bisschen besser aufgehoben gewesen ich weiß es nicht aber gut also dass da klinge ich mal ist weg das ist relativ uninteressant interessant sind jetzt eher die kur ansprüche die wir jetzt haben und da sollte man natürlich versuchen kapital raus zu schlagen zum beispiel moment das gehörte nicht immer zu mir da waren wir wollte das ist aber geil okay das war glaube ich dass das das zweite oder dritte mal in meiner eu4 karriere dass mir so ein ding dass mir so eine revolte tatsächlich provinzen gegeben hat ist ja verschärft und sie sind alle katholisch toll ja dann sollten sollten wir jetzt an der stelle eigentlich versuchen litauen zu vernichten sind die immer noch verbindet mit frankreich ja tatsache also da müsste man dann polen angreifen frankreich mit zu den waffen rufen und dann könnte man da litauen ausschalten wenn man litauen ausgeschaltet hat müsste hier eigentlich die litauische tradition auch weggehen obwohl die litauen behält ja den chor anspruch ne vergesst was ich gesagt habe ist alles blödsinn wir könnten jetzt hier halt eine wunder wunderschöne eroberung gegen ganz ganz viele länder führen gegen kasan mal jedenfalls nicht aber das wird dann wieder interessanter gegen noga jetzt zum beispiel mit noga haben wir zwar noch einen waffenstillstand aber noga könnten wir auch noch mal benutzen um hier eben unsere unsere kollegen etwas zu verstärken du pro du bist ja ne kasachstan habe ich katholisch gemacht genau die habe ich ja released und du bist allerdings orthodox noch weil ich habe die schon so lange das ist echt unglaublich okay ich werde jetzt ausnahmsweise glaube ich tatsächlich mit dem fokus auf diplo gehen und ich war mal noch mal gerade ganz kurz 16,2 kröten momentan er unser militär ist recht teuer vielleicht bauen wir das ein bisschen zurück das müssen wir mal gucken erstmal wollen wir aber hier jetzt diese diese revolte da niederschlagen und wir können ja gleich wieder krieg führen oder wir können vielleicht mal alle dahin so ich hätte nicht mal darüber wir brauchen noch ein bisschen truppen kommt aha die barmanis mussten mal frei lassen ja also das neue revolten system das treibt echt ganz tolle blüten das gefällt mir recht gut ja ich habe mir fast gedacht dass die erfolgreich sind oh nein scheiße jetzt habe ich das koring verloren ja okay gut aber es war zum glück auch nicht so teuer es war nur eine zwei grundschärprobe jetzt aber trotzdem dann bin ich jetzt wieder bei dem punkt angelangt ich habe ja vorhin aufwendig hier ansprüche fingiert damit ich billiger koren kann dadurch dass jetzt so schnell fertig waren habe ich hier unten den korr verloren wodurch ich wieder mehr macht verloren habe als ich eigentlich hier durch jetzt gespart habe dass ich da ansprüche darauf hingiert habe ach ist es nicht ätzend ja was wir ganz ganz lange nicht mehr gemacht haben war dänemark aufzubauen aber die haben auch nur so wenig ansprüche die man keine ansprüche auf norwegen das ist echt blöd aber ansonsten war das glaube ich eine sinnvolle sache macht frankreich mit wenn ich polen krieg erkläre ja machen sie okay das ist eine feine sache vor allen dingen weil frankreich eine gemeinsame grenze mit polen hat wie viele truppen hat frankreich wieder 183 okay sie haben wieder die größte armee auf dieser erde weil wir sollten ja schon versuchen unsere ansprüche durchzusetzen ich kann jetzt ja nur schlecht sagen hier da würde als verbündeten mit reinholen auf der anderen seite wachte wir können ganz easy gegner nehmen nämlich zum beispiel polotz genau da nehme ich nämlich hier frankreich mit rein ja okay aha und dann jetzt hier muss ich noch ein bisschen warten immer den burschen hier mit muss und schön gott general mal du bist schon korner ja jetzt kann ein bisschen paranoid ach die haben sich gar nicht bewegt okay dankespiel machen wir noch zwei wow der tatsächlich bis irgendwo hinten ins nirvana gebaut okay kranker schritt teilnehmen bitte hierzu weil ich will jetzt endlich diese schrott provinz dahinten erkunden damit ich da mein kolonisten rein parken kann so und dann machen wir dich mal gerade ein bisschen kleiner okay das sind alles nur das sind alles nur kleinere garnisonen und lauf du schon mal hier rüber kann sich ja schon mal bereit machen polen wird er ja auch noch kommen deswegen löst du nach brest du nimmst noch ein gen mit muss nicht der beste sein ich setze hier um nach wenden nach tula und du gehst nach blog so hier oben werden jetzt gleich die nächsten rebellen erfolgreich sein aber das juckt uns nicht so sehr nimm dem leben der hat ganz ganz viel manöver ja ich krieg ganz ganz wenig stabilität halt das ist ätzend wir kriegen zehn punkte prestig wir können jetzt den krieg gegen litauen erklären eroberung von brillanz glaube ich von also litauen selbst gehört kann ich nicht nehmen warte mal ich konnte doch aber vorhin ich kann ja noch eine provinz ansagen wo ist die denn ach das ist die ok ich dachte ja irgendwie komisch und ja dann nehmen wir brianz nehmen halbe halbe ist dann hierhin ja passt doch gut gut dann schlag ich vor du nimmst jetzt hier kleinere armee stückchen mit und verteidigst mal hier genau und dann kannst du mit dem part hier runter laufen da werden wir dann polen mit belagern ja so wäre er da jetzt erstmal hier die überlegung krasser mal los auf jeden fall laufen hier hin bleibt dann da stehen und ihr läuft auch alle hier hin da unten kann er ruhig ein bisschen rum trollen da ist es ja egal so du sendest mir jetzt hier hin kolonisten hier hin und du läufst dahin die lösen auf die kanone wille schnitt und wo ist denn jetzt noch hier eine armee die noch einen general mitnehmen kann vor allen dingen weil er gerade auf caunas zu marschiert ja und dänemark sofort schon gewehr bei fuß hier brauchen wir fünf truppen ne macht das bitte so und dann kann ja dänemark hier drüben alles irgendwie belagern dänemark ist ja immerhin schon mal da das was man jetzt vielleicht noch bräuchte wird dass man sein das wieder die falsche armee bewegt was man jetzt noch gebrauchen könnte wäre dass man oder ich habe die falsche armee ausgewählt und dann intuitiv in die falsche richtung geschickt dass man bei seinen basalen sagen könnte nachdem sich bewegt autonomes rebellen unterdrücken oder irgendwie sowas ne also ihr kennt das ding ja auflösen bitte die sächsische söldner infanterie die kann weg die ist ja veraltet das ja auch noch so eine sache das wäre ganz gut wenn die söldner automatisch geupgradet würden das wäre nicht so schlecht ja so jetzt machen wir auch noch ein bisschen geld wieder und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch polen litauen und polotzk weg plätten was ich natürlich noch ganz gerne machen würde einfach nur so aus ja ich sag mal rollenspieltechnischen gründen wäre jetzt noch die basalisierung von moskau das geht aber ja erst in vier jahren das wird also jetzt relativ lange noch dauern wir haben noch eine viertel stunde wir haben erst eine viertel stunde gespielt das können wir da machen also moskau würde ich ganz gerne basalisieren ich mal gerade hoch 10 26 38 51 61 73 83 also das sollten wir vielleicht noch versuchen das könnte ich mir recht witzig noch vorstellen schön kann sein ist auch schon da am start das ist jetzt übrigens mal gerade raus sonst da wird mir da der verschleiß zu hoch laufen mit dem nach rutenien und laufen mit dem nach sadom jahres gut gemacht kasan schön mein herrscher ist gestorben toll er hat eine legislaturperiode überlebt danke und er war noch zehn jahre jünger als die andere es ist doch so zum platzen ja bitte teilen wir die mal auf also den nach moldawien den nach todolien den nach hier den nach hier den nach krakau wir teilen noch weiter den nach lublin den nach warschau und den nach lentschika den nach lotz den nach karlisch und den nach posnan oder karlis ich weiß ich kann leider kein polnisch ich möchte es gern können aber ich kann es leider nicht okay sieht jetzt für mich so aus als müssten wir da alles teppich belagern können ja wir verlieren mal gerade ein bisschen geld schau mal gerade was haben wir denn noch so viel kriegsgründe sind alles kolonial gründe also ich muss festhalten wir haben wir sind ja relativ schnell katholisch geworden und ich glaube das war hier ein ganz ganz großer vorteil in dem spiel auch die gegen reformation anzunehmen hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen genau frage ich belagern hier polotz schon mal ganz schön da hast du mich auch was zu tun ich bin der meinung mal die halbieren wir noch schicken wir den noch dahin und den noch ich bin der meinung dass es sich in jederlei hinsicht sehr gelohnt hat das war auf jeden fall eine feine sache wir haben ganz 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 krass davon profitiert hier sechs feuer und drei manöver ist jetzt wo ich kann momentan eh nur noch drei befehls haben okay er ja genau auf die sache mit der mit der macht projektion da muss ich irgendwann noch zu sprechen kommen das ist jetzt aber natürlich noch nicht so akut und ich stelle gerade fest dass moldawien nicht ordentlich belagert wird 12 juli das ist in zehn tagen auch nur ab nach lotz wir hatten ja die religion jetzt hier nicht gewählt und kriegsgründe zu führen sondern einfach weil sie uns mehr vorteile gebracht hat als es jetzt orthodox zu sein gewesen wäre also man sollte schon nicht vergessen toleranz es waren glaubens plus eins ist schon extrem gut für die eigenen provinzen die dann katholisch sind weil die einfach wesentlich weniger autonomie brauchen um zu funktionieren und gute boni zu bringen das ist auf jeden fall ein punkt und die andere sache war dass wir ganz immens hier von dem papst system profitieren konnten weil wir uns dadurch immer wieder stabilität zurückkaufen konnten wir haben ja unglaublich viel stabilität verloren durch irgendwelche events und es ist doch auf jeden fall ein großer rückschlag immer wenn man sich hier die stabilität dann entweder durch punkte im bereich republikanischer tradition und ähnlichem zurückkaufen muss das einfach total scheiße das ist nicht gut man muss es stattdessen ja versuchen zu schaffen die republikanische tradition so lange und so weit wie möglich oben zu halten damit man bessere herrscher bekommt das hat ja auch irgendwie nur begrenzt funktioniert und ich glaube ein ganz wichtiger faktor ist dass unsere herrscher zu also ganz oft zu ungünstigen zeitpunkten gestorben sind und auf der anderen seite naja gut das ist frei geboxt schön ja dann bleibt mal das stehen so jetzt möchte ich mal schauen dann packt du mir mal hier noch einen anführer rein der hat ja so einen hohen belagerungsskill weil er eigentlich fast hier rein gehört mit einem 3er belagerungsskill laufen runter dann können wir den da einsetzen wo wir ihn am meisten brauchen ja was wollte ich noch sagen die idee die hinter der ganzen sache steckt ist ja eigentlich dass man eine relativ hohe machtprojektion versucht zu erreichen dass man dann hingeht und möglichst lange hintereinander die entsprechenden macht habe auswählt und die dann immer wieder pusht durch die machtprojektion bekommt man ich glaube ich habe keinen dritten rivalen ausgewählt kann das sein und was ist das denn jetzt hier gerade das geht jetzt aber relativ schnell naja ist eigentlich ganz gut ok machen wir mal folgendes ich wollte ja eigentlich nichts von polen haben deswegen werde ich nur dein geld nehmen guck mal das wird nur 50 mit nur 50 diplomat kosten und kriegs reparation hätte ich auch noch gerne wo ich muss das gleich nochmal erklären also ich mache jetzt erstmal hier diesen friedensvertrag mit polen und dann ist gut jetzt machen sie es auch schon wunderbar soll ich noch coolen fordern aber das hat eine andere kultur das brauche ich nicht ich verlassen verlangen dass ich schlesien freilassen habe ich eigentlich nichts von der zugang bündnis 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 ist eigentlich okay okay aber das ist mal so und ab nach moskau zurück ins wunderschöne vaterland okay ich hätte gerne das da habe ich überall einen anspruch drauf ach guck mal ich kann sie auch voll anektieren ein problem weniger aber mal gerade gucken wie viel ich habe noch recht viel überdehnung das dauert so lange aber ich will ja eigentlich auch nur die ich weiß nicht will ich alles jetzt haben ist eine preußische provinz dabei preußisch habe ich nicht mehr als akzeptierte kultur ja wir warten noch ein sekundchen weil ich habe ja momentan jetzt gerade auch recht viel überdehnung glaube ich 32 und da könnte es durchaus sein dass ich da sonst negative events bekomme im oktober bist du erst fertig das dauert mir aber fast zu lange ich nehme tumen wie viel überdehnung gibt mir denn eine volle annexion 31 41 ja dann werde ich mir aber wahrscheinlich polotzk nicht mehr nehmen können also polotzk habe ich ja eigentlich auch nur angegriffen damit frankreich da nicht mit gemischt hat ich kann auch fragen ob ich sie basalisieren können 103 da fehlt mir ein bisschen was okay schön das sind doch immer die schönsten friedensverhandlungen wo man dann so gerade dran scheitert ne steht da eigentlich noch eine kanone in ostiaki okay okay so Litauen ist weg jo ich weiß überdehnung ist ziemlich ziemlich hoch gerade und zwar was 132 prozent woher kommt die was was das oh gott ich habe es verwechselt mit der AE mhm mhm ok mhm dann machen wir folgendes ich könnte Litauen freilassen das wird jetzt bitter das müsste ein schöner Aufstand werden den schlagen wir dann noch nieder aber das wird ein richtig schöner Aufstand ach du meine Fresse wie soll ich denn das schaffen ohne Gewaltmarsch ich verringere mal gerade die Kriegsmüdigkeit ein bisschen aber im Gegensatz zu Polen Litauen wo wir halt die die das ist das ist Litauen was so viel Überdehnung bringt ne ja ich hatte keinen weiteren Rivalen mehr ausgewählt so scheiße ähm vielleicht gehen tatsächlich die Mongolen ich bin mir nicht sicher bleibe ich unter 150 damit ich bin bei 148 bin ich dann aber ich kann das gar nicht koren oder ja stimmt das habe ich vergessen das kostet ja alles ein Arsch voll Knete wegen den Traditionen und so ne komm geben wir dein ganzes Geld ähm und äh geben wir noch Kriegsreparationen das langt mir eigentlich ok so äh ich will St. Petersburg glaube ich noch nicht zur Hauptstadt machen weil ich das Geld glaube ich gerade brauche dass ich noch noch habe Kalka Nationalisten das ist wahrscheinlich ganz ganz außen Partikularisten rup ok aber das gute müsste sein dass die Überdehnung relativ bald wieder runter geht 20 28 32 ja es geht um 32 Punkte runter dann sind wir ich weiß gar nicht mehr ob wir da noch bei ähm ich weiß nicht ob wir da noch bei 132,8 sind ja das ist ein bisschen bitter ok da habe ich mich echt verguckt ist nicht das erste mal in diesem Let's Play ok holen wir noch was zu trinken und dann würde ich sagen machen wir so langsam die Abschlussbesprechung von der ganzen Kiste weil Russland was erlisieren obwohl zwei Jahre ja vielleicht können wir das noch ein bisschen laufen lassen von der Zeit her und dann die Abschlussbesprechung machen aber einen kurzen Cut kurzer Cut muss an der Stelle sein ich sage bis gleich ich 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 Vielen Dank.